ja hallo schön dass ihr eingeschaltet habt ja ich habe mich schon fast wettfertig gemacht die tage unter und darunter schon meinen schlafanzug wie ihr wisst bin ich ein anzugträger und ja ich kann euch den ja mal zeigen mein schlafanzug der schaut dann so aus sieht man ja auch dass es die wettvariante mit der weichen krawatte und ja das ist mein schlafanzug nein das ist natürlich ein kleiner spaß ich habe hier so einen kleinen zettel geschrieben was ich euch heute erzählen will und natürlich das erste thema ist auch gleichzeitig das kommentar thema dafür brauche ich mein handy weil ich muss das noch mal vorlesen das fand ich legendär also dass da manche leute aufgrund einer optik meinen sie können jemand irgendwo bewerten bemessen oder sonstiges finde ich so unglaublich albern und jeder der hier mich mittlerweile kennt der mich so ein paar monate betrachtet bewertet oder sonstiges der weiß dass ich eigentlich glaube ich ein sehr umgänglicher kerl bin also ich bin jetzt keiner der irgendwo großartige lünen hat und bestimmt nicht weil ich irgendwie auf youtube ich will nicht mal sagen bekannt weil ich youtube videos mache also jetzt nichts besonderes ich habe einen ganz normalen job der aus autoverkäufer bei der marke bmw und da tragen halt anzug und wenn man hier das ist was der herr gesagt ich lese es noch einmal vor er meinte ich bin furchtbar und da meinte er schon und dann habe ich ihn gefragt aus welchem grund er den gefällt mir gedrückt hat und dann kam habe ich das denn wenn dann war es zufall und ich fand früher mal deine botvideos gut aber alles nur noch kommerz daher für mich unerzeugt kannst du mich ja blocken und gut ist also erstmal ich block bis ich jemand block dauert es lange und dann hat es auch eher können das ist jetzt für mich nicht mal ein blockgrund und ich habe keine ahnung warum meine videos mittlerweile kommerz sein sollen ich mache meine videos genau wie früher die thumbnails sind ein bisschen besonderer geworden ich mache jetzt 60 fps aber ich lade immer noch genauso wie mir die nase gewachsen und der mund gewachsen ist ich denke jetzt nicht dass ich mich jetzt großartig veranlotte aber gut da bin ich kommerz das war kommentar highlight nummer eins der letzten wochen das ist nämlich vorletzte woche schon passiert aber dann kam eine andere dame die hat das fast noch getoppt und zwar und das lese ich jetzt in gänsechor armselige menschheit wie kann man seine zeit mit seinem rotz verbringen es wundert mich nicht dass die deutschen keinen nachwuchs mehr haben das war auf einem arm und warfare video und dann habe ich geschrieben du bist lustig ich knuddel dich darauf kam du scheinst auch infiziert zu sein anstatt euer geld den hersteller durch schwachmaten spiele in den rachen zu stecken sollt ihr ins echte leben investieren das abenteuer frau und kinder ist tausend mal interessanter als euren kommerziell gesteuerte hirnverbrannte spielkampf scheiße ich hoffe ich weiß nicht so deutlich auch ich knuddelig armselige infizierten möge euch sinn und zweck des lebens überfallen und in die knie zwingen bussi dabei und dann ps wenn uns dann die is überfallen sollte glaube ich nicht dass ihr millionen schreibtischkämpfer zu irgendwas nutzen sein werdet es geschrieben von einer frau ob diese frau zu irgendwas nutze sein wird weiß ich nicht ob es mir zu nutze sein würde wenn ich jetzt in der zeit wo ich mal arm und warfare spiele die ganze zeit mir den kopf aus der seele vögel weiß ich auch nicht ob das dann was weiter bringt ich denke und ich glaube ich kann sagen es ist mein hobby es macht mir unglaublich viel spaß und dementsprechend hey chillax das waren die kommentare deswegen mein schlafanzug und kommerz alcaramba und is kämpfer alles in den videos doch schon mal bisher ein highlight dann was ist noch passiert die woche ich habe eine unglaubliche pc odyssee die ist wirklich ich weiß gar nicht noch was habe ich noch nie erlebt ich bin jetzt schon lange dass ich werde meinen pc selber zusammen bastel aber das ist noch nie so da gewesen wie kam es dazu ich war am dienstag in der arbeit und dachte mir so ok ich mache meine videos und es kommt so langsam ans ruckeln und manche manche passagen passen mir nicht so ich muss aufrüsten ich habe ja meine grafikkarte aufgerüstet gehabt das ist ja bekannt RAM hat damals glaube ich nicht geholfen ich habe von 8 auf 16 GB also was macht der youtuber von heute holt sich ein neues mainboard neue cpu und neuen drum bevor die frage kommen was es ist es ist ein i5-6500 16 GB DDR4 3000 und irgendein ASUS motherboard ich muss es noch mal genau nachschauen auf jeden fall gesagt getan eingebaut gemacht lief nicht ja lange rumgetan dienstagabend ich bin nicht schlau geworden habe alles gelesen gehe ich also am mittwoch mit meinem rechner unter der hand und anzug zum laden meines vertrauens sagt irgendwas stimmt sagt er ja gucke ich mir an hat er sich angeguckt lange rede kurze sind der karamba war zu doof die distanzhalter von seinem alten motherboard so zu versetzen dass es aufs neue motherboard passt und einer dieser distanzhalter war mittig im neuen motherboard und deswegen haben sich da viele kleine kondensatoren oder irgendwas irgendwelche spulen keine ahnung ich bin ja kein wachmann und dementsprechend gab es kein Bild also kaum war das versetzt ich habe 20 euro dem gezahlt dafür dass er mir geholfen hat aus dem garantiefall ist schnell eine montagearbeit geworden ja und dann ging es so macht mir cool mittwochabend endlich rechner anfeuern denkste also ich rechner starten wollen windows installiert ging auch alles gut irgendwie ging es service pack 1 nicht sich zu installieren ich habe keine ahnung warum der hat mich einfach getrollt also dachte mir okay service pack also das habe ich aber auch erst ganz spät gecheckt dass ich überhaupt service pack 1 brauche muss ich gestehen ich habe schon alles installiert ich habe schon alle spiele ich habe schon alles installiert ich habe die ganze nacht den rechner durchlaufen lassen ich habe dann neben dem rechner geschlafen weil ich irgendwie dann egal ich wollte habe es dann muss dann runterladen ich habe eine 16.000er leitung also von dem her schlaft man den rechner gut also gemerkt scheiße service pack 1 flicke ich nicht runter kann also kein overwatch spielen kann kein benchmark laufen lassen und wahrscheinlich wäre vieles anders auch nicht gegangen also dann in der arbeit gewesen am nächsten tag wieder dann tag nummer drei war es dann so dass ich mir dachte okay ich brauche ein neues windows also wollte ich mir erst windows 10 kaufen dachte mir okay windows 10 gehst du mediamarkt drüber ist ja gleich bei mir an der arbeit ums Eck windows 10 kaufen dann lese ich überall nee kauf keine windows 10 hat hardware gebunden wenn du motherboard wechselst dann ist das alles für den Arsch lese ich woanders darf man nicht europa sagt sowas ist oder deutschland sagt sowas ist in deutschland gar nicht erlaubt dachte mir okay zwei aussagen ich rufe einfach mal bei microsoft microsoft sagt ja ist hardware gebunden sage ich ja aber das europa urteil stimmt das europa urteil dann ist es doch nicht hardware gebunden ja also effektiv keine ahnung was dann da los war dementsprechend habe ich mir dann und da danke an den an den fleißigen tipps dann aus der warships club ich glaube ich kam zu der world of thanks club ich weiß gar nicht wo ich es gepostet habe kam dann die idee eine oem-version zu kaufen von ebay das dann auf dem usb-stick die installen einfach auf dem usb-stick in der arbeit zu holen und daheim dann ganz einfach installieren dann ist einfach gesagt getan usb-stick in den pc gesteckt geht nicht findet irgendwelche treiber nicht ich denke also treiber nicht gefunden dementsprechend habe ich dann geguckt gegoogelt wieder ich habe jeden abend fünf stunden an dem scheiß gesessen also treiber warum nicht treiber gut sagt mir alles klar gegoogelt warum die treiber nicht gehen ja usb 3.0 geht nicht ok alles klar usb 3.0 geht nicht mit windows 7 alles klar also usb 2.0 mit buchse geht auch nicht ja gut ist aber usb 3.0 wo ich es installiert habe draufgezogen das wäre ok du haust auf usb 2.0 ging auch nicht so ein heiß so ein heiß ja also nachdem ich das alles probiert habe dachte mir dann ok was kannst du noch probieren ganz einfach probierst du es mal auf einen guten alten rollen habe noch irgendwo einen erwähnen rollen gefunden der echt weit unten irgendwo im stapel war da installiert und es ging ich habe endlich windows installieren können nach dritten tage konnte ich es dann installieren habe jetzt alles soweit langsam am lauf und ich hoffe ich habe es geschafft ja das war meine pc-rissing um euch da mal ganz klein zu erwähnen dann was war noch ich war beim friseur wie man sieht ja so wieder schön kurz finde ich lustig das ist mein friseurbild wo ich beim friseur bin 50 likes auf facebook bekommt ich glaube ich kriege selten 50 likes und ich glaube das letzte mal wo es so viele waren das war wo ich im baumingen war wo ich panzer gezeigt habe und jetzt bekomme ich für so ein friseurbild naja gut auch lustig und ein geilster kommentar war ich bin ich bin der barney stimsen unter dem bot youtuber damit kann ich leben ich bin nur der power metheomather barney stimsen der hetero variante der coole typ und nicht der homo richtige barney stimsen nicht dass der auch nicht cool ist der ist super cool aber ich fühle mich nicht so zu männern hingezogen ich brauche auch zwei kleine kinder mit einem anderen mann aber trotzdem cooler lustiger kommentar barney stimsen ja so das war jetzt schon fast alles eine letzte sache habe ich noch ich habe ja beim letzten video gesagt dass ich bei meinem 10.000 abonnenten special gerne so wieder so ein paar fragen beantworten würde das letzte video waren dann noch nicht so viele fragen ich kann ja klar wenn das video drei sekunden wird es drei sekunden aber es wäre schon mein anspruch so ein bisschen länger zu machen deswegen ich brauche noch Fragen also schreibt unter dieses video jetzt dieses video jesus da ist der penis unter dieses video was euch interessieren würde welche fragen ihr habt wie gesagt kann einfach alles sein ob ich es dann beantworte oder nicht überlasse mir wie gesagt wenn es was schweinisches ist dann wahrscheinlich ja so vielen lieben dank fürs heutige zuschauen ich wünsche euch einen schönen start in die nächste woche und mal schauen was nächste woche so passiert bis dahin ciao 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 ciao